So liebe Leute, herzlich willkommen. Let's play Rocket League. Hi Michi. Hi Phil. Wir zocken zu zweit die Saison. Wir haben schon mal versucht jetzt den ersten Part aufzunehmen, der hat verfürchte ich nicht funktioniert, weil leider Crash, wie ist das? Ja und so weiter. Wie auch immer, die Software hat es nicht hinbekommen mit der Webcam aufzunehmen, jetzt müssen wir es leider ohne probieren. In der Hoffnung, dass das dann funktioniert. Das war anscheinend einfach ein bisschen zu viel dafür. Gut, wir spielen die Saison auf Profi. Rocket League für diejenigen, die es nicht kennen, ist jetzt gerade gratis auf Playstation Plus. Ich habe gesagt, auf Steam kostet es ca. 15 Euro. Ungefähr. Und um die 20 Euro kostet es für die PS4. Ich weiß gar nicht, ob es auf der Xbox rauskommen ist. Ich glaube, ich habe auch keine Ahnung, ob es. Crossplay ist möglich, also ihr könnt mit der PS4 mit anderen PC-Usern zocken. Und es geht halt einfach nur darum, ja, wer Stefan Raps Autoball kennt, das ist so zirka das noch ein bisschen futuristischer. Michi macht da fast das 1-0. Also ich bin links, Michi ist rechts. Wir sind im goldenen Team E-Bros. Und spielen das Ganze auf Profi, also es ist jetzt schon etwas herausfordernder. Was gibt es sonst zum Spiel zu sagen? Dass ich was dann einfach schießen kann, du bist da. An sich Modi, glaube ich, 1 gegen 1 und 2 gegen 2. Mir ist nicht möglich. 4 gegen 4 geht auch. Oder 3 gegen 3 auch. Okay, sogar mehr. Genau, ja. Das ist dann halt empfehlenswert. Das ist nicht unbedingt, weil das ist Chaos pur. Die Saison ist auf jeden Fall... Oh, fuck. Fuck, fuck, fuck. Der klärt ihn selber? Ja. Das ist. Der Saisonmodus ist ganz witzig, ist eigentlich nichts anderes als die Freundschaftsspiele nur halt dann gebündelt in einer Art Tabelle dann. Shit. Es ist manchmal etwas schwierig zu steuern. Schwierig einzuschätzen. Oh, fuck. Oh, oh. Und... Achso, du bist eh. Okay. Ja. Du bist nicht, okay. Ihr könnt sogar auf Wänden fahren. Fuck. Da ist das 0-1 passiert. Haaa. Schönes Tor. Schlecht verteidigt. Ja, das auf jeden Fall. Äh, ich frage. Ja. Nein, du bist. Wurscht. Sorry. Jetzt. Ich dachte, ich bin rechts. Das war eigentlich gerade etwas verwirrt. Weil ich rechts sitze, aber... Nein, ich bin rechts. Oh, so ein... Sollte es nach diesen 5 Minuten unentschieden stehen, was ich momentan nicht glaub, so wie wir spiele ich. Golden Goal. Gibt's Golden Goal, so ist es. Also nächstes Tor entscheidet dann. Egal wie lange es dauert. Fuck. Oh, oh. Er rollt vorbei, aber... Kommt sogar noch hin, nämlich. Wie er mich wegrannt. Du auch. Danke. Los geht's. Oh Gott, sind wir mies. Kommt nicht da, ich mir weg. Ich färze. Wieder nicht mit dem Feldpass. Das war doch ein Pass. Du bist ganz woanders. Rechts unten seht ihr übrigens diesen Turbo-Boost, den man mit Kreis aktivieren kann. Den müsst ihr aufladen, indem ihr über diese gelben Felder fährt. Also bis 100% ist natürlich möglich. Jetzt verbrauche ich ihn gerade. Ich habe gerade den Gegner zerstört. Sehr schön. Das geht also auch. Dann startet er einfach hinten im eigenen Tor wieder. Es gibt an sich zum Spiel gar nicht viel zu sagen, weil es so simpel ist. Unglaublich. Selbsterklärend. Ja. Simpel und selbsterklärend, aber es macht einfach so Spaß. Ich fahre mal über dem Tor herum. Wallrides und so weiter sind auch möglich, wie man schon gesehen hat. Genau. Hin und wieder auch sehr wichtig. Oh, das ist unsere, das ist unsere, das ist unsere, das ist unsere. Macht der selbst. Ja. Okay. Hier seht ihr Tor von Rainsaw Filler. Also die Tore zählen anscheinend immer für den als letztes berührt. Danke, Viper. Ich hätte es echt nicht besser machen können. Ja, ich auch nicht. Unglaublich. Bist du vorne? Ein bisschen gleich auf. Ich glaube ja. Fahre du. Okay. Also wenn man sich taktisch abspricht ein bisschen, macht man sich schon wesentlich leichter. Am Freitag habe ich ein bisschen online gezockt mit einem Freund und das ist dann schon ziemlich schwierig, wenn du dich taktisch nicht absprechen kannst. Da man dann diese 4 gegen 4 probiert. Ah shit. Titelfeld Pass. Ich versuche verzweifelt irgendwo hinzuschließen, jetzt habe ich das mal geinguckt. Der passt. Oh, oh, oh. Nee. Ah, zu hoch. Oh fuck. Sehen wie ich vorbei bin. Ja. Eine Minute haben wir noch Zeit. Wäre natürlich wichtig, gleich mit einem Sieg in die Saison zu starten. Hast mich gleich mit dem Ball mitgeschossen. Ich dachte, es gibt zwei Tore. Also so wie jetzt zum Beispiel. Ich warte einfach auf den Abweiler von Michi. Ah, es ist nicht einfach. Mhm. Ah shit. Super, Michi. Ich glaube, der wäre reingegangen. Nicht, wenn ich spiele. Nein. Oh. Oh, was ist denn? Nein. Der war nicht so aufregend. Der war nicht so aufregend. Nein. Der geht Richtung Eigentor. Das wird man ganz kurz springen. Shit. Nein, zu schnell. Ich glaube, ich muss ich während ich springe, so ein bisschen nach vordrehen, damit ich den Kopf voll besser hinkriege. Slowplay. Slow & Steady. Verdammt. Netter Versuch. Oh oh. Ja, danke. Die Gegend hat mich abtauft in die richtige Richtung. Ab. Nein. Das ist zerstört. Sehr gut. Oh, das ist ja schön. Für beide. Komm, komm. Hab ihn. Oh. Gott sei Dank. Bin in der Mitte. Alter. Das Springen ist echt schwierig. Mit drei könnt ihr die Kamera umschalten. Jetzt ist sie hab ihn auf den Ball fixiert. Gibt aber noch die Möglichkeit, dass man sie einfach frei hat. Ich hab mir kurz hergezeigt. Ich hab sie trotzdem lieber auf den Ball fixiert. Komm, gib Gas. Danke mich. Auf zu quatschen, gib Gas. Handbremse geht auch, hab ich jetzt gerade gemacht. Ansonsten war's das von der Steuerung her eh schon. Nix zerstört. Ziemlich. Michi, das ist kein Schmutter. Ich weiß, aber irgendwie. Ich ramme die so heftigst. Ja. Bock mich ab. Ich muss gehen. Schön. Boah. Raum. Der war. Ich hab so Angst, dass der jetzt in die Stange geht. Aber der hat gepasst. Ich hab ihn so weit außen erwischt. Hm. Ja, okay. Sehr schön. Easy. Erster Saisonsieg. Perfekter Start, Michi. Breakout. Ion-Gelb. Ich probier das mal. Ich bin nicht Breakout. Schau, wir feiern. Nur ich feier. Mein Controller leuchtet nämlich. Gut. Gegen Express gewonnen. Nächstes Spiel ist gegen Express. Wir haben vorhin gegen die Dragons gespielt. Echt? Ja. E-Bros gegen Express. Du bist. Okay. Das schaut so geil aus mitten in der Nacht. Ich hab ganz viel höher. Das ist unfair. Ich sag dir, die Parosse macht viel aus bezüglich Ball. Das kann sein, gell? Für Kopfball und so. Weil jetzt wo der höher ist, erwischt dann halt auch früher. Oh shit, ich hab kein Turo. Müsst du machen. Nein, der Turo ist richtig dringend. Nein. Oh, ist der gefährlich. Super, Michi. Ich hätt nicht gewusst, wie ich den jetzt retten soll. Ganz stark. Oh oh. Der ist drin. Nein. Ah. Gefährlich. Ich bin allerdings zu fett für die Couch. Ach, das geht schon. Ah. Okay. Du, glaub ich, ja. Ja. Oder ich. Shit. Ich weiß nicht, ob Gegner unterschiedlich stark sind oder ob das zufällig ist. Ich glaub, mehr als Profi, viel mehr Unterschiede gibt's da nicht. Nein, glaub ich auch nicht. Wow. Angeber. Geile Trophäe. Dann hab ich auch den Kopf balanciert. Jonglieren. Nicht schlecht. Hier packt die Trickkiste aus. Beide. Wow. Innenkante des Tors. Beides vielleicht auch. Wobei ich da hätte niemand was ausrichten können, glaube ich. Hol ihn da. Yes. Glück gehabt. Kein Turbo. Easy ausgegangen. Du. Okay. Hinspringen ist immer eine ganz gute Idee. Der versucht sich nämlich sonst zu überheben. Ach. Ich warte wieder hinten. Ach, du auch. Jetzt. Lass mich nochmal drehen. Zieh, 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 zieh. Oh. Wie ich das immer schaffe, vorbeizuspringen. Ich hab ihn. Ich hab ihn verfehlt. Ich hab ihn verfehlt. Ja. 3-1. Sehr schön. Deiner? Ja. Oh. Shit. Der war zuerst dran. Nein. Mit dein Ding gemacht. Mit deiner Explosion. Was? Ja. Zack. Und. Er ist einfach durch dich durchgefahren und hat ihn gerührt. Wir machen das so kompliziert und er macht das so. Ja. Shit, 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 shit. Nein. Nein. Rückwärts. Geklärt. Mit der Ferse quasi. Ich liebe es so von hinten angerast zu kommen, für den Abpraller. Mittelfeld passt. Der hat schon gewartet, der hat gelernt. Nur noch irgendwie schauen, dass wir im Ballbesitz bleiben. Ball verloren. Der passt, der kommt gefährlich. Ah, nein. Wie kann man den nicht machen? Beide nämlich. Boah. Ja. Sehr gut, sehr gut. 30 Sekunden. Das ist gefährlich. Oh, oh. Nein, der geht vorbei. Nein, der geht vorbei. So ein bisschen schwierig mit dem Einschätzen. Mhm. Ein bisschen noch durchhalten. Das war ich nicht. Ja. Puh. Sehr eng. Aber geschafft. Sammler. Paladin-Flügel. Metallic-Lackierung. Nicht so spannend. Nicht? Boah. Ja. Jetzt gegen die Cyclones. Die haben oft einmal gewonnen. Dritter in der Tabelle. Oh, ja. Das heißt, wir könnten theoretisch die Führung übernehmen. Schauen wir mal. Ja.